und willkommen mein name ist dann die röpe und ich begrüße euch zurück zu leo star wars die skywalker sage ja ich mache mich auf dem weg nach wie ist sie wie es der planet passana und ja wir sind ja in episode 9 wir versuchen hier die story ein bisschen weiter zu machen und da ist eine quest warum okay jetzt war eine quest wo ist hier der da also schnappen wir uns dem hat zuerst und dann tun wir mal die quest hier annehmen geräusch von dem ding das wie man wenn man irgendwie keine ahnung draußen im fein irgendwie mit der kamera und aufnehmen mit dem mikrofon das ist irgendwie ein sturm draußen so die quest hier ein die hier wollen aber weiß nicht ob wir die dreck machen aber kommen wir mal da im tag wälze also beim widerstand habe ich so etwas noch nie erlebt es kommt immer mehr freunde feinde wir haben alle schön schon so einiges gesehen aber das hier dumm meine güte ich kann gerade noch mit meiner heiler hülle davon wenn ihr da mit mischen wollt könnt ihr müsst ihr im besseren sein und am besten einen plan bc und haben seid ihr bereit dafür müssen wir schon wieder ja guter wird zweitmal meint ihr es ernst wollt ihr euch wirklich da einmischen ich frage schon mal seid ihr wirklich sicher aber sagt nicht ich hätte euch nicht gewonnen viel glück wandert euch kann zu haben ist widerstand zwecklos so mach mal das ist ja genau das was ich denke was ist es ist noch nicht gott sei dank da können wir uns von die ist das hier nein das ist das nicht ich habe auch hier großkampfschiff hier auftaucht aber jetzt so hier warum kann ich dich nicht wieder anvisieren richtig für die erste ordnung nicht so viel widerstand ich glaube nicht dass das was ich machen muss ich habe so viele schon erschossen warum sind da muss immer noch so lang also wo wenn dort sagt meine erste tagsordnung steht euch abzuknallen boah wo ist eine letzte schule ja da ist nicht was ich machen muss da ist aber auch hier hier sind wir ja drin oder nicht ja ich kann also als dieser kampf anfing hatte ich noch keinen hat wenn ich da steht ja 9 von 9 roger naja wenn ich höre wir sind viel mehr klingt das als würde nichts anderes für uns sprechen der kollege hat eine lücke in der logik gefunden neuer stück aber ich wollte getroffen erstmal ausweichend das wird dann jemand ins gesicht boxen und erst danach tut man irgendwie versuchen ausweichen und dann sagt man direkt dass jetzt 20 stück sind das war wenn ich gerade weggegangen 9 von 9 ok dann ist schon wieder 0 von 9 dann sagt mir auch direkt der 20 von denen sehen ja 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 nein von 9 weil ich das kann nicht sein doch sieg 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 chewbacca sogar eine kleine druide hat überlebt moment mal war der wirklich die ganze zeit dabei ok jede mit dem deprimierten droiden wo schlagschäfte erst in ordnung das habe ich schon ne ich brauche nur noch was nicht wieder hieß der letzte kreuzer der letzte kania steadfast das sind glaube ich diese neuen jahr stern zerstörer hier von episode 9 da würde ich nicht gerechnet ihr habt tatsächlich gesiegt das verwanderung zwar nicht höchst beeindrucken aber immerhin dank euch können diese planten weiter für den wiederstand kämpfen aber nicht heute denn nach dem langen kampf wollen sie erst einmal ausschlafen der eine waschen die anderen voraus das wäre schon zwecklos soll jetzt noch eine quest aber anscheinend nicht auch jetzt so ein ziel denken sich gerade warum tue ich immer diese ganz normalen soldaten immer erst voll spät irgendwie her freischalten nicht so komplett andere sachen her auch gott das kann ich tut so wehenden ohren so rennen f tab akbar da so gott da muss ich jetzt schon wieder gucken wo ich hin fliege was hat hier gott habe ich den einen jetzt verpasst das gibt es jetzt nicht wenn ich nochmal neu starten nehme ich gehe es ja genau falsch rum ja gott ja er möchte mir schon sagen wo das auch ist hier leute es ist so komisch ja ich habe ich das noch unser letzte vor leute hier wir müssen wir schon so irgendwie auf der karte sein wo ich mich so hin drehen muss wo der letzte ist so verwirrend gemacht warum gibt er mir hier ein booster lassen mit ruhig er weiß nicht so schwierig man muss immer erst gucken wo man auch hin muss war dieses spiel ne warum sind die na so ich glaube es hat mir akmas sohn ja warum warum musste wer selbst wenn ich verstehe nicht ok also mehr fertig ja cool dann kommen wir ja ich muss da rein vermuten ist tal neuer pläten zum erkunden schön ok ich habe ich kann das schiff irgendwann mal weg sind ich glaube ich kann das schon möchte aber dem ding durch die gegend zu fliegen vor den ohren weh ja ok verboten ist tal ja da ist dieser planet planet dieser planet wo sie am feiern waren ne so bist du schon wieder also sind alles krank ja wieviel charakter kann ich hier gerade spielen so ihr wisst wie es abläuft wir gehen erst mal hier erkunde länder boom ich sehe schon da gehört wie treffe ich die länder nicht ganz ruhig ganz ruhig so mögliche charakterische stanken da stein fangen am steil hang houdini warum sagen wir nicht urtini also als jemand hätten sagen müssen und sie sagen es nicht so da oben habe ich gesehen hier komme ich dahin wir können gerade hier alles charakter spielen also wir könnten alle charaktere alle sachen hier finden wir wollen uns dran halten ruhige feldwand da ist das schlachtschiff der ersten ordnung oder sd von minatrix mit natrix asterix obelix da kann ich dahin komme noch einen daten nein wo sind die letzten die fehlen glaube ich noch zwei wo sind die so da geht die geschichte weiter also was machen wir ja schon mal wir haben ein paar charaktere jetzt ausweiten ja ich dachte eine war da im feuer am tanzen ich habe noch nie so wenig wegfinder gesehen und was jetzt wir reden mit den leuten vielleicht erfahren wir was luke gesucht hat und der typ der jetzt tot ist ja wenn wir uns noch mal an da ist ja okay und sehen ich wollte sagen ich habe da oben irgendwas gesehen dann komme ich da hoch so kommen wir ja hey was geht du hast mich gefunden ich brauche eine kleine pause diese party geht schon seit tagen ich weiß gar nicht mehr wann ich hier angekommen bin es ist also ein flimmer sandiger vertanzter traum so ich glaube nur noch zwei mal vier dreimal ag hätte man auch hingehen könnten so was das willkommen reisender ich bin die hüterin der aki aki kinder ich soll ihnen eine geschichte erzählen aber meine kleine helferin ist leider krank die heutige geschichte ist ihre lieblingsgeschichte aufstieg und fall des panikin freischalker ich habe den namen geändert damit sie nicht herausfinden dass sie war ist warum fangen wir nicht am anfang an als an jede ritter namens bygone jim den jungen panikin freischalker also traf ja ist doch wieder also ich muss hier so platzieren als gar ok aniken und das mit window sie schon ich sehe schon wer soll ja wer sei die meine zoll entweder weder sein ne aber wir sind kinder sich gerade dann soll er nicht aniken sein ok ich möchte reden wer ist eine lieblingsüber meiner ist der weise die jedi bygone nein 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 darf leder oder wer ist mit den launischen wachsen panikin freischalker aber dubi one gefällt mir auch wie geht es denn so war das ist natürlich der held duk ok dazu angeblich qualgern sein ich habe gedacht so wenig schwarzen kopf vielleicht irgendwie mensch wunde sein also da unten sollen eine kind sein mannequin skywalker um nämlich den namen von den magazines mannequin skywalker sie nicht damit haben die einen kopierschutz umgang den jungen panikin zum ersten mal traf soll er geglaubt haben dass er der auserwählte seit ich glaube die sagen ich glaube die sagen in ihrer eigenen sprache irgendwie so panikin hat er gesagt also namen bei den jungen panikin mit und schloss das beschloss dass er ein legendär jede ritter werden sollte kommen wir zum moment als der erwachsene laune schoepernik in einen großen streiten seinem meister doppi wanderte könnt ihr bitte die figur des erwachsenen launischen panikin und doppi waren in unsere vorführung einbauen da kann ich doch mal machen das ist die skywalker sage hier all die highlights warum kann ich dich da reinpacken ich will euch da reinpacken geht nicht da ging es gerade nimmst du das ding und packt da rein nimmst du das ding und packt da rein nimmst du also egal welche seite darf leder einstecken viele jahre später auf einem fernen ofen planeten ist der junge panikin erwachsenen lachst und angst deren lichtschwerter sind geglitscht jetzt nicht mehr davon geblendet frieden panikin seine freunde und sogar seinen meister doppi waren es endet ihn ein doel das über ihr schicksal entscheiden sollte das große finale unserer geschichte wir waren auf euch gehen und stellt die figuren auf nehmen wir mal den druck ne wenn ein geilen meister darf leder nachdem er seinen kampf mit dupi waren verloren hat verwaltet er sich unsere junge panikin für immerhin ins plot darf leder nachdem er herausgefunden hatte dass du sein sohn war versuchte darf leder druck davon zu überzeugen sich ihm anzuschließen doch sucht der held der geschichte erkannte dass er ein größeres übel gab das ist wenn ich episode sie mal erst gespielt hätte dann wird ja vorher spoiler der legendernach wurde darf leder wieder gut und besiegt den großen übel zusammen mit seinem sohn druck so wurde der frieden unserer galaxis wieder hergestellt ende pantomime auf passada was immer aber hat sich gerade ich danke euch für ihre hilfe und hopfen meine nachzählung hat euch gefallen hoffentlich finden sie nicht raus das ist eine wahre geschichte war bitte wollte das ruhig dass ihre ergänzende konfetti also tut man auch copyright hier umgehen einfach ihnen haben so ein bisschen ändern mal von mann von sprung angriff dann kriegt das also ich dachte er entstellt wenn sowas schießstand hey kreiber stein nehmen wir mal ok oh 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 gott sie sehe ich weil ich wegen die lichter ja ich glaube ich habe mir als genug zeit hier vorne ja nein so gefallen so viele sachen zu machen hier mal geschafft ich war euch nur ein jahr verpasst gibt es dann nicht man ich habe ihn einfach was ja kimm mal der weiße löwe genau mal hier mal hier ja 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 zerlegen was also die drei vier ohne das machen aber willst du ja der sachen flug wettbewerb ist jedes jahr ist halt wie kinder aber ja heuer scheint es mehr wut anfühle und tränen zu geben als sonst da fehlt ein tee bei heuer heuer aber heuer heute wir in das geschäft verschrieben heute ich freue mich was mit ihnen los ist also gar wenn sie auch vollkommen falsch geschrieben okay ganz ruhig er soll ja nicht auffallen nämlich an glaube ich was ich wenn man hier machen sollen aber da kommen wir hier warum suchen dann die kamera so nah daran so als voll umfeld nämlich hier voll abgelenkt damit ich habe zu geburtstag ich hatte vor vor am freitag im 15 märz geburtstag naja und jetzt habe ich so eine vitrine habe ich mir geholt also ich habe die mir ausgesucht meine mutter hat die geholt ne für die dies nicht wissen ich gehe mit meinen eltern immer mit meiner mutter immer hier unterwegs sie haben so einen monat abstand hier geburtstag und wir gehen immer dann so unterwegs kaufen für uns die geschenke also ich glaube ich dagegen sagt so ich möchte das haben zu geburtstag und sie sagt dann okay und dann kauft ihr mit hat und dann kriege ich dazu geburtstag und andersrum ne also wir hoffen dann darum sie sucht sich was aus wie sagt ich möchte das haben dann sage ich okay funktioniert so oder wir haben so für uns funktioniert hat so können wir nichts falsches kaufen wir haben nichts dagegen also bei uns klappt hat so ne und ja ich habe mir als wir sind so ein spielzeug klar sind wir gerannt und da habe ich so eine vitrine gesehen und da war so eine vitrine die man sich hinlängen konnte die war so viel lego figuren extra eine ganze lego figuren rein tun und sich an die eine wand hängen und ja heute dran gemacht und jetzt steht hier so eine coole vitrine an meiner wand und da habe ich einige lego figuren die ich angefangen habe zu sammeln eingepackt also meine ganzen klontruppler und sturmtruppler und so ne ich tue alle möglichen versionen und farben und legion und so sammeln schon mal so battle packs und so 23 da ganz hinten und vier alles war und ja da habe ich angefangen die erste hälfte figuren da rein zu packen ich glaube ich platz für 80 figuren ich weiß nicht ich muss noch mal irgendwie zählen ich habe sie sind da sind so einzelne platten wir sind so fünf rein manchmal fünf mal vier ich habe wenn fünf rein und fünf mal vier ich habe fünf mal vier in einer reihe sind 20 ja fast 100 rein wird ja sie niemanden da irgendwie so irgendwie geplant so ja man muss da denkt so was macht wir rechnen 12 16 20 also eine reihe passen 20 da sind fünf freien 100 ja mal auf der packung stand irgendwie 80 aber ich fand irgendwie sinn gemacht hat hier mal während meines lego star wars partie zu erwähnen weil ich mag auch echtes lego hier zu sammeln ist es nicht so ist ja nicht so ne ich traue tatsächlich gerne selber lego hier sammeln so seit kurzem auch nein jetzt habe ich kein links da komme ich jetzt nicht hin und da ich fand ich konnte ja erwähnen während eines lego parts 12 da stellt euch mal hier hin leute ja mal ja voll viele leute da irgendwo ist noch einer ja noch einer was denke ich irgendwie auch hier aufgegangen anscheinend aber ich habe es nicht gehört und ja ich tue also eine kleine sammlung an so an so truppe irgendwie jetzt zusammen stand so lego star was truppler so sturm truppler klontrupp lege die gibt es ja in allen möglichen farben und formen im moment laut machten ja die runde hier gibt es zwei battle packs einmal hier die 500 erste legion ne so viel soldaten davon dann irgendwie gibt es noch so azokas truppen wegen halt azoka die serien nicht so so range truppler so range klontruppler 500 erste sind diese blauen truppler und ja die habe ich mir jetzt da eingestellt dann habe ich mir noch irgendwie war nicht so eine packung mit so mandalorianer geholt also ich nehme an die kommen aus mandalorian nämlich mir irgendwie nach so ein anderes pack irgendwann mal geholt da sind irgendwie druiden und klontruppler drin ich tue mir so eine kleine sammlung irgendwie so herstellen und sie eigentlich los ist jetzt dj gerade sich frage wen und ja jetzt habe ich mir so eine coole vitrine geholt wo ich die alle reinpacken haben wir gedacht ich wollte mir sowieso mal irgendwann einer holen aber als wir die gesehen haben manchmal dazu haben sie ist das schön groß von eignen oder kleine ruhe ich will vielleicht irgendwo hinstellen können so aber die ist richtig massiv groß gewesen von daher kann man natürlich machen ja ich finde sie gut aus jetzt richtig toll aus da ist der erste warum gehst du extra nicht ich tue das sieht gut aus wieder mal einer und der hat sieht jetzt richtig gut aus ne die erfte habe ich jetzt schon da reingetan für den sachen die ich habe weil wir das ganze dinge gefüllt sein und die leute erscheinen sehr oft disco zu machen ja freue ich mich darauf einige ich habe mir einige lego packungen hier geholt die habe ich noch gar nicht geöffnet ne ich habe ja noch so packung hier von einigen sachen hier geholt habe ich noch gar nicht geöffnet da habe ich mir auch so es gibt irgendwie so ein kleines pack da ist irgendwie der mandalorianer drinne mit mit baby yoda da wollte ich mir die ganze zeit eigentlich schon selber holen aber 15 euro für nur zwei figuren und so ein kleines schiff hin war mich nicht interessiert habe ich mir immer gedacht sondern aber meine mutter hat ja finanziert so für geburtstag ne so also damit kann ich leben dann das war so halt meine logik wenn ich dazu geburtstag kriegen meine mutter finanziert hat halten dann dann kann ich damit leben aber selber bezahlen und da sie sich auf wo wenn sie irgendwie irgendwas hat hier was sie mir schenken kann statt gar nichts zu haben ich habe ja wenn auch andere klamotten sowohl hier so neue schuhe neue neue jacke aber wir haben mich als hier so eingeführt wir gehen beide gleichzeitig einkaufen und suchen uns unsere geschenke aus einer von uns sagt ich möchte das haben der andere sagt okay und dann kaufen wir das und warten dann irgendwie ein zwei wochen oder so bis wir als der anderen person schenken können er ist vielleicht nicht so weil sie nicht sehr traditionelle weise wie man dann eigentlich machen sollte so zu geburtstag aber wir kommen damit klar wir haben uns so geeinigt sowie wir haben nichts dagegen das klappt so also machen wir hat sich in den letzten jahren ja nur mit dem also ein blick hier sieht wie bei uns hier in der familie abläuft mit denen du hast einen charakter sehe ich gerade meine freunde konzentrieren sich so sehr auf diesen drachen mitgewerb dass sie nicht mit mir abhängen wollen weil ich es nicht so drauf habe ich möchte nur meine freunde zurück ich weiß was wenn du den drachenflugkurs durchläuft kann ich allen erzählen dass du mein cooler neuer drachen und ich die ganze zeit gesteuert habe hast du mein neuer drachen bist und ich die ganze zeit gesteuert aber das klappt ganz bestimmt du bist mir danke achte nur darauf dass du nicht alle ringe durch alle ringe gleitet es irgendwo hoch hinauf und fangen an zu bleiben wenn du breit bist wo ich dafür schrottsammler war ich kann gerade nichts ändern ich werde mal ein foto machen nachdem die vitrine hier voll gefüllt ist mit all meinen figuren die ich im moment habe und dann kann ich ihn mal irgendwie also ein packen irgendwann er so in den letzten paar so ich würde mal sehen können wir aussieht das ist nichts besonders ist schwarze vitrine die lichter kannst du da auch machen also ja und die sache ist halt ich habe nicht nur offizielle lego figuren da bin ich aber auch so blick lego figuren hat die nicht offiziell lego sind mir die ich mir mal irgendwie online so bestellt habe weil er billiger sind mich interessiert hat nicht besonders ne also ich habe verschiedenfarbige struppler und so also ob die jetzt habt ihr jetzt offiziell lego sind oder nicht interessiert mich jetzt nicht so wenn ich ganz ehrlich bin ich mache ich so ihren dachen sein so hat nur ein hat mir gerade jemand geschrieben für immer nur drachen im himmel zu sehen und keine schiffe der ersten ordnung die mich und meine familie verschleppen wollen dieses fest ist echt eine schöne ablenkung von ihrer galaxisweiten tyrannei ja das war umsonst fragen wir die einheimischen ich wollte eigentlich die quest hier für den ein machen das drachen renne mit dem gleiter der schrotz mal ja kann ich ja nicht machen ich war da kein schrotz haben wir gerade spielen level starten level starten ich habe irgendwie ja gar nicht wir sind noch so viele steine aber irgendwie sehe ich ja gar nichts sie noch 12 ok wenn noch freigeschneiden die pflegen jetzt naja habe ich schon gesehen eine level heißt so die pflegen jetzt die pflegen jetzt das ist ein schöner name ich bin rein du kannst dich nicht verstecken ich werde dich finden und dann gehe ich dich zur dunklen seite ich gehe nach der schrotz sammlerin ganz ehrlich in leere form hätte ich den gar nicht erkannt frisur sieht irgendwie so komisch aus in seinem schiff durch die halbe galaxis aber ich weiß auch gar nicht mehr wieder in episode 9 ausgesehen hat wenn ich ganz ehrlich bin ich habe da ein ganz mieses gefühl aber auch wenn sie ich weiß ich weiß da war offensichtlich älter aber ich weiß nicht mehr wieder so aus seien in der neunten epische vom hst und so die fliegen jetzt die pflegen jetzt da kann ich anhalten ja gut es war aber nicht schon immer ein ding ne c3 p.o.9 wenn kleckengleiter fliegen zu schönen ketten gleiter in der luft wir als bb 8 einen pulverknister auf eine jetruppe schießt auf einen ketten gleiter nachdem du dessen fahrer mit einem pulverknister benommen ich bin auch nicht alles merken noch ein arm stirbt stirbt die fliegen jetzt man fliegen 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 nach fliegen was wir hat gegeben gerne wenn fliegen durch die gegend fliegen 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 und auch immer dieser zungenböcher geht denke ich nicht kaputt so und wir auf der herausforderung schon wieder vergessen was noch mit pb 8 musste ich irgendwann kann planen eine solche luft erledigen ganz ruhig 3 p.o. ich bringe uns hier raus dieser satz klingt für mich nicht so mein gott ich habe ich alles hier ja ne was geht kaputt danke so nicht der kund parallel sind wir eigentlich mal voll einfach das habe ich schon mal gesehen wo sind die anderen aber kann es auch noch umschauen hier als teil des planetens anscheinend naja ich glaube ich habe ein kind nicht gefunden moore team work 9 ja ich sehe irgendwie nie wenn ich immer letzte finde irgendwie landau einsiedler landau episode 9 ja mit dem gelben mantel den sie müssen da weiß ich noch kann jedoch ganz sicher so dass wir teil vom von dem planeten er hier sind wahrscheinlich die ganzen letzten hier sind die ganzen letzten steinchen kommen wir ja nach mir haben sie nicht gerufen aber es geht mir gut weg wegen irgendwas am finger gerade da kannst du mir helfen darüber zu kommen die dimension ok warum sollte sich der boden eben nicht bewegt er hat sich besicht klappe 3 p.o. ich nicht erhoben da soll ich hoch hat prinz of pörser warte ich dachte wer wird dahin wie komme ich dahin auch jetzt mal sogar hier hoch das ding was muss einer mit diesem ding machen hier hoch als da kommt er ich will nicht wissen was diese tunel gegraben hat ich habe ein spiel freischaltet ich will es nicht wissen nein ich dahin naja los kann auch noch einer ich weiß nicht wie man einkommt na warte ich glaube ich weiß wie ich weiß wie du mal hier hoch nur muss auch schon nach hochlaufen mädchen warum kannst du jetzt nicht da hallo hallo so jetzt muss ich irgendwie bw acht einbringen das wollte er so an den mann versuchte bw es wird erst mal immer zu den ganzen falschen habe ich ihn stehe auf bw acht er ist für den falschen der wechsel war jetzt sogar hoch ich kann ihn nicht warum kann ich hier nicht bewegen ich will mit der macht da oben gehen packen kann man doch mit dem machen oder anscheinend nicht nein warte mal kann ich ich habe da klappt war warum tust du manchmal nicht habe ich ja dann funktioniert dann versuchen wir mal genau hatte warte ich habe gerade gesehen wenn ich mich da hochkomme ich will sowas von so klappen ne pass auf ich habe gerade irgendwie so nachkommen da wird auch irgendwie klappen nach von der anderen seite ich weiß aber gar nicht wie man sonst auch unser mal kommst du mit warum hat man die option zu werfen dann gehen wir ja ich weiß aber trotzdem nicht wie man steht man mit wenn man r2 d2 oder so irgendwie ja so oder hoch packt ne ich sehe nix das ist immer noch r2 d2 mit der machte hoch packen ich mag keine knochen leute ihr müsst auch schon mit kommen war spiel macht mich dann fertig daher mal ein stein ein stein kann ich wechseln ich denke mal mit dem gleiter kann man hier rüber ich weiß es nicht ich nehme mal mit r2 d2 muss man da so rüber ich dachte wir wären erledigt wo geht's raus da lang da haben wir uns ja hau meine finger geht's wohl nicht die ersten hier unten geschichte fortsetzen eine sekunde aber im moment kann ich ja nichts mehr machen da haben wir ein schwert anja ist ja deutsch genau leider bin ich nicht in der lage übersetzungen aus dem sitz auszusprechen repariert jetzt habe ich keinen hunger mehr macht energie von mir zu ihm wir müssen den zahn zulegen jemanden finden der diesen deutsch übersetzen kann das wird eine szene sehr viel später erklären ich schlage vorbekehren sofort zum millennium falken zurück wir werden beim falten auf uns warten ich weiß was besseres schon wieder neues gebiet hier unmöglich mit dieser shop fliegen wir haben wirklich keine andere wahl 3p so er ist noch mal du ich hasse es hat man die so auseinander machen kann so ich nehme mir mal kurz jetzt haben die natürlich hier da ich weiß nicht warum ich die nicht mit der macht hoch geben kann ja mal im sommer oder da hat immer noch mal versuchen hat mit ziemlich sicher und hey ich bin auf eure seite das kann die erste ordnung gut braucht so es war so mal ganz dann noch mal das ding ist hier wieder und das ding ist wieder oben du willst mich auf den arm nehmen da war es schon sagen warum kann ich jetzt hier zu jedem wechseln durch zu so wann kann ich den immer hoch geben mein gott hier da so dann willst du mal hier und dann mach mal so da machst du ihn nicht hier einig ist so 3p 3p r2d so an den gleiter glauben ich glaube nicht so habe ich das nämlich nicht gemacht höhere wächst es soll jetzt aber noch ein paar sachen sich ok dann muss der hat funktioniert so gut irgendwo sind aber noch ein paar sagen ich sehe nur einen auf für karte los hier zum abschließen da hat irgendwas und noch mal da nichts ok so geht's so geht's die vom widerstand werden augen machen und das war ja man nicht wo der letzte ist er wird hier nämlich nicht angezeigt höhle der wechsel ist er wird einmal raus hier da haben sie so viele leute hier da geht die geschichte weiter kommen wir mal her gleich da reinpacken mein gott jetzt so kannst du mal ruhig sein ich bin die ganze zeit nur so bedrohend da kann man auch so da rein alles klar wo ich da vielleicht irgendwie zu irgendwas hin ja so hätte man dann ist der name von den dingen voll irreführende an den gleiter glauben wo er zwei kannst du mal die klappe halten ich ich höre die ganze jede bewegung macht den geräusch muss hier wohl den mund stopfen erst mal so von meiner höchsten wunder werden wir euch dem willkommen zu stein gefunden so normalerweise immer der erste nimmer finden ok weiter haben wir ja noch die lauf an die man sonst aus antworten dann kommen wir hier verborgener sprung muss auch schon sprengen kollege da noch fast 100 gehen wir noch sieben stück näher sind genau so viele die waldhoff brauchen wir haben nicht dass ich alle kriegen werde na da haben wir aber dass ich nicht muss aber ein gleiter hin da ist ein ding zum anziehen hat man jetzt habe ich ein gleiter jetzt kann ich diese eine mission machen alter ehrlich hey dieses spiel diese gleiter sind viel zu schnell so schwer zu steuern nur genau dahin geflogen da kann nur stück dünnen gleiter so da sieht irgendwie aus wie kletter aktion so nach vierten dingen da ich muss nicht bewegen mädchen ich habe doch gar nein was zum war pack mich für der herunter wenn ich da rein falle das gibt es jetzt nicht wo ist denn da jetzt schon wieder alle weiß nicht nett wo war denn jetzt ich habe mich doch nicht da einfach reinpacken wieder was ist denn hier los und hab und hab da jetzt macht er nicht noch mal da muss ich hin so vorsichtig von controller da muss ich ja noch ein spruch dass das gefährt des obersten anführers hier verunglückt ist von hier sie versuchen das schiff des obersten anführers geht so ja und ich hab ihr müsst mal kurz hier rüber kommen leute da sind sie müssen sagen ja sind alle hier noch nicht generell hack das spiel muss schon so ein bisschen mit mir zusammenarbeiten warum kann ich keinen doppel sprung machen hier sobald ich da hingehe kann ich keinen doppel sprung machen elektrisiko steigen so als generakt hier bringen sie mehr jenen rüber noch nicht jeden naja schon gesehen ja damit schatz die versenkungen akubanen da fährt man ein wir müssen noch lander freischalten eine version von ihm jedenfalls ist das denn eigentlich kriegt eine version von den gratis eine andere musste kaufen dann die version erinnere ich mich noch wo der den mantel getragen hat so wir haben bei allem mikro dinge cool ich werde noch kaufen kollege keilowans teilwitz bau den aber auch noch nicht geholt anscheinend ist echt der den ich noch etwas anderes oder habe ich den gerade freigeschaltet ich habe gar nicht gewartet bis bisher noch gar nicht gewartet bis jetzt die dings kamen die meldungen so was ich freigeschaltet habe so dass einer dann da ist einer naja ich habe gehört star wars battlefront die collection ist nicht so gut angekommen sehe ich jetzt überall mann 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 die kann halt wieder nur wie kann das passieren das spiel war auch schon fertig beide spiele waren schon fertig draußen wie kann das jetzt so verrundes werden ich verstehe nicht ich mag diese trend von erstmal unfertige spiele rausbringen und dann erst mal später nach patchen nicht so bin ich kein fan von dafür sie ein bisschen zu oft am schlitten ist ja immer noch hier so ein spiel aber da kommen noch ein paar dlcs irgendwann also ja das dlc fix dann ein paar sachen weißt du bescheid mag diesen trend ich mag es ich möchte es noch früher wo man sich ein spiel gekauft habe und da war fällig dann habe ich so gemacht hast du eine sache die mir gefallen hat da bekomme ich jetzt wieder zurück kannst du einfach so rüber fliegen mit ich glaube nicht mehr muss ich da schon wieder extra rüber klettern man kann einfach so darüber warum hätten dann diese ganze akubatik sache er machen müssen so ich weiß nicht mehr letzte dinge für ist leute dieses spiel sport die doch mal hier hin sport hier hin leute danke meine herren so dann klären wir mal noch da hoch nämlich sagen dann war es heute aber wir eine stunde gesammelt und zeug gemacht ich weiß nicht wo letzte dinge jetzt was ich kaputt machen sollte vor deiner nase wenn ich hier noch kaputt machen muss doch da hinten ist was da hinten ist etwas was ist dahinten das letzte ding natürlich kaputt sagen muss ja ja es ist sogar auf der karte sehe ich das schon das erstmal ordnung machen jetzt mal 43 cool und ich sehe nix doch ich sie aber laufgabe kommen schnappen wir uns doch ne kommen und schnappt sie dir pokémon hat sich noch jemand damals den pokémon waren meine mutter antwort werde ich jetzt ist noch gefragt ob pokémon noch beliebt ist was pokémon ist noch beliebt so ja pokémon ist einer erfolgreichsten marken der welt hat sie gesagt ja aber nicht mehr so beliebt wie damals oder so ne das ist da kann man sich drüber streiten ja so damals war ja so ein richtiger pokémon waren als da rausgekommen müssen er dass er mal wieder ich nehme an ja erfolgreicher also eine komische definitionen erfolgreich die ich nie so richtig verstehe so ich meine theoretisch müsste ist ja die heute erfolgreicher seiten er weiß jetzt schon länger draußen ist und mehr leute sind jetzt schon haben schon davon gehört und diese sei einfach allgemein länger draußen er weiß es war es trotzdem war es trotzdem früher beliebter oder bekannter einfach dabei ist neu war und gerade alle davon gehört haben damit aber wir müssen ja schon mehr geld gemacht haben also ich verstehe nicht nehmen wir mal die mission schon mal moment mal du bist einer von den ganoven die meine elektrosive zerstört haben stimme können nicht ist vor der ersten ordnung auf dem skimmer geflohen und hast meine farm zerstört so ist hier um das wieder gut zu machen das respektive ich fange damit an teile für meine reparaturen zu besorgen dann gucke ich auch weniger streng du hast also tatsächlich ein gewissen die die ich brauche sind evaporatoren du findest sie auf anderen planeten du hast ganz sicher schon einige wüsten durchquert aber ich habe die standorte trotzdem nach wenn ich nur wüste da geht zu den schiffen geht zu den ausschies also eine kenne ich wollte schon sagen hat auch probleme mit ja nicht in farben so cool aber wieder einiges erreicht wir haben eine level macht näher holen wir uns mal ich habe 79 warum ich den 79 steine hier schon so lange nicht mehr ausgegeben ja hier extra position schon so lange nicht mehr ausgegeben kann nicht sein so jetzt ist böse mich dann blinken obwohl ich das schneid habe das weg kurz 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 vor der goldröde hier hier ich nehme an oder kann ich hier schon alle kommen bevor ich alles habe macht quetschen macht quetsche fürchte die dunkle seite in den linken leute automatisch vorher weg oder so und er hat sich das wie so ein roadkill irgendwie da mit zeichen so cool 20 neben aufträgen und auch so jeden echsen verpetzen wat finde alles heimanns auf der widerstandsbasis auf eiern klotz sagen wir uns daten ein ding drei schießstände wir haben 89 prozent 97 mein gott wegen so viele prozentig story weiterspielen das war zwar diese folge in der nächsten folge geht es dann weiß nicht ob ich diese quest schon mal hier so machen sollen werde ich wahrscheinlich schon mal anfangen ist man aber wir machen auf einfach die story dann bis zum weiteren planet haben wir jetzt ja auch schon erkundet neben ebenen vom pass an ok zählt hat dann ja so von anderen ich weiß es nicht ok jaco ist ein bisschen ja klar aber jaco ist in diesem planet so wir haben uns mal einfangen dass wir werden sammeln wir werden freischalten wenn ich star weiter spielen ihr kennt ja mittlerweile wo ich sage dankeschön für so und ich hoffe euch hat diese folge gefallen wenn er das bitte ein abo oder ein kommentar das würde mich freuen dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder tschau